Hallöschön meine Freunde, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 113 im FM 22 mit Bayern München. Es geht also weiter hier in unserer Karriere und nachdem wir das Champions-League-Spiel gegen Sport in Lissabon mit 4 zu 1 gewonnen haben, haben wir auch in der Liga gegen Hoffenheim noch einen draufgelegt, auch gegen Hoffenheim halt drei Punkte eingefahren. Wir stehen ganz gut auf Platz 1, ein Punkt Vorsprung vor dem BVB. Und vor Leipzig sind es schon vier Punkte. Aus acht Spielen haben wir sieben Siege geholt, ein Unentschieden, noch keine Niederlage bisher. Also das sieht eigentlich schon mal so ganz gut aus. DFB-Pokal steht wieder an, die zweite Runde und unser nächster Gegner im DFB-Pokal heißt Hertha BSC Berlin. Wir werden auswärts spielen und ich weiß jetzt nicht genau, wie Hertha da in der ersten Runde gespielt hat. Da werden wir gleich nochmal kurz drauf schauen auf die vorherigen Spiele. Spiele, aktuell sind sie in ganz guter Form, wie ich das gerade sehen konnte. In der Liga, wo haben wir sie denn? Die spielen gar nicht mehr in der ersten Liga. Aber wahrscheinlich zweite Liga, ne? Da sind sie auf jeden Fall auf Platz 1. Können wir mal kurz drauf schauen hier. Da haben wir sie nämlich elf Spiele, neun Siege, zwei Unentschieden, auch noch keine Niederlage in der zweiten Liga. 29 Punkte zu verzeichnen aktuell, Hertha. Das Team sieht auch gar nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Da wird auf jeden Fall ein guter Mannschaftszusammenhalt herrschen. Da gehe ich stark davon aus. Ja, wir werden mal kurz schauen, wie Hertha hier von Anfang an gegen uns beginnt. Ja, das war zu erwarten. Natürlich sehr defensiv ausgerichtet mit der Fünferkette hinten. Dann ein defensiver Mittelfeldspieler, zwei Zentrale davor und mit zwei Stürmern vorne. Ja, das ist sehr gewagt, weil auf den Außen haben sie da keinen. Sprich, wir müssten über die Flügel, denke ich mal, agieren. Ja, mit Baumjohann und Korb haben sie da auch jetzt nicht so starke Spieler. In der Mitte sind sie ein bisschen stärker besetzt. Von daher, denke ich, werden wir über die Flügel agieren, wie wir das eigentlich auch immer machen. Und wir werden weiterhin in diesem System hier spielen, im DFB-Pokal, denn das hat die letzten Spiele sehr gut funktioniert. So, wir werden Baku eine Pause gönnen, auf rechts. Dort würde ich gerne dann Pavard spielen lassen. Der hat sich ja auch immer wieder angeboten, in den letzten Partien sozusagen. Sané bekommt auch mal eine Pause, da wird Tell jetzt mal von Anfang an spielen. Zwar auf links außen, ich hätte ihn natürlich gerne im Sturm, oder lassen wir ihn im Sturm mal von Anfang an spielen. Für Vidovic kann man eigentlich auch machen, vorne. Dann würde ich nämlich links Odoi mal spielen lassen. So, Szesko, Lewandowski, ja, könnten wir eigentlich, oder müssten wir eigentlich auch wieder mit reinnehmen. Der kann auch hängende Spitze, das machen wir jetzt auch mal so, dass Tell wirklich ganz vorne agieren tut, obwohl der auch die hängende Spitze spielen kann. Lewandowski ist da natürlich um einiges stärker, kann beide Positionen spielen. Lassen wir das erst mal so. Lucas Hernandez, Upamecano würde ich gerne von Anfang an bringen. So, Davis ist von der Frische her noch nicht ganz da. Coman wird auf jeden Fall wieder von Anfang an spielen. So, Szesko mal raus, Coman rein. Für Trinkau, der sich aber auch gezeigt hat, auf jeden Fall ein gutes Spiel auch gemacht hat. Gegen Hoffenheim, das wollte ich sagen. Gegen Hoffenheim hat er ein gutes Spiel absolviert. Und, ja, ich denke, so sind wir ganz gut aufgestellt. Neuer natürlich im Tor. Destanoglu, ja, wird auch noch seine Chance bekommen. Vielleicht gegen Hamburg, mal gucken. Und, ja, dann gehen wir rein direkt in das Spiel hier. Hier haben wir noch einen Jugendspieler entdeckt. Oh, ja, sauber. Linksaußen, fleißig. Diva, anpassungsfähig. Aber ein 4-volles Sterne-Talent. Guten Antritt, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ausdauer. Da hat er schon sehr gute Werte. 16 Jahre alt, den übernehmen wir natürlich. Auf jeden Fall, yes. Angebot für Collins, lehnten wir ab. Dann werden wir noch mal kurz Spielergespräche führen, wenn es denn geht. So, Freunde, DFB-Pokal, zweite Runde gegen Hertha BSC, auswärts. Und ich bin gespannt. Dann wollen wir mal. Elfmeter verschossen, Robert Lewandowski. Aber Kingsley Coman macht in der 13. das 1-0. Durch eine Vorlage von Odoi. Sehr schön. Das beginnt ja schon mal sehr gut. Lewandowski, schade mit dem Elfer. Aber gut, das kann mal vorkommen. Da können sie mal ruhig die Position auch mal wechseln. Das ist eigentlich auch mal ganz gut. 1-0 ist erstmal in Ordnung. So, 60. Minute. Bis dahin ist noch nichts weiter mehr passiert. Dann bringen wir vorne im Sturm einfach nochmal Vidovic rein. So machen wir das. Vielleicht ein bisschen mehr Effektivität noch da vorne. Lewandowski vielleicht auch schon ein bisschen, ja, kam nicht so gut ins Spiel rein, habe ich das Gefühl. Und deswegen gönnen wir jetzt Vidovic nochmal ein paar Minuten. Und auch, nee, Pavanich, Goretzka, Kimmich nochmal rein, Musiala für Scott. So, dann sollten wir das vernünftig über die Bühne hier bekommen. Ja, es bleibt beim 1-0. Also, Kingsley Coman ist derjenige, der uns hier in die nächste Runde schießt. Odoi mit der Vorlage sehr nice. Es ist keine überzeugende Leistung hier von der Mannschaft, sage ich mal. Aber ein 1-0 reicht ja, ne, für die nächste Runde. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, gegen wen wir da ran müssen in der nächsten Runde. Schauen wir es uns an. Die Auslosung. DFB-Pokal, dritte Runde. Wer wartet auf uns, beziehungsweise auf wen warten wir? Ich weiß nicht, ob wir zu Hause spielen oder auswärts. Wir werden es jetzt erfahren. Auf jeden Fall muss der VfL Bochum gegen den HSV ran. Zu Hause. Erzgebirge Aue spielt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Hat im Jahr 1960 den Pokal gewonnen. Bayer Leverkusen zu Hause gegen den VfL. Die zuletzt 2015 den Pokal geholt haben. Der FC Schalke spielt gegen Arminia Bielefeld. Gräuter Fürth gegen Darmstadt. Der BVB. Ich hoffe nicht, dass wir den BVB jetzt schon bekommen in der dritten Runde. Ja, das war so klar. Also, die Neuauflage des Finals stand da unten gerade. Bayern gegen Dortmund. Das ist natürlich ein krasses Los auch. Schon in der dritten Runde hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Aber gut, auch den BVB muss man im DFB-Pokal schlagen können, wenn man den Pokal holen möchte. Klar ist das natürlich jetzt ein hartes Los für uns. Ich hätte jetzt eher so im Viertelfinale damit gerechnet. Oder im Halbfinale gegen den BVB. Aber gut, so ist es jetzt. Müssen wir durch. Nehmen wir an. Das ist los. Definitiv. Und jetzt geht es auch schon weiter in der Liga. Wir müssen am neunten Spieltag gegen den HSV ran. Die aktuell Platz 6 belegen. Angebot für Schlager abgelehnt. Kann man hier auch sehen. Mannschaftsstärke 801 zu 903. Also Hamburg aktuell ganz gut drauf. Haben natürlich nicht die starken Einzelspieler. Reis ist hier noch mit der Stärkste. Mit einer Stärke von 79. Heckheim Stärke 80. Ja, so haben die eine ganz gute Mannschaft. Aber darf man auch nicht unterschätzen. Definitiv nicht. So, ich überlege, ob wir Destanoglu hier jetzt mal die Chance geben. Denn gegen den HSV kann man das eigentlich ruhig mal machen. Mal schauen, wie die hier spielen. Auch mit zwei Stürmern. Kaufmann und Winzheimer vorne. Hinten auch wieder mit der Fünferkette. Zwei Zentrale. Ein offensiver Mittelfeldspieler. Also schon ein bisschen offensiver. Ich würde trotzdem an unserem System hier festhalten. Oder gehen wir in das 4-2-3-1. Ist auch eine Möglichkeit. Ist vielleicht ein Tickchen besser. Gegen so offensive Hamburger. Dass wir da mit zwei Zentralen noch absichern. Ja, ich glaube, wir gehen lieber in das System rein. So machen wir das. So, wir bringen trotzdem Erzin von Anfang an. Neuer geht mal auf die Bank. Pavard trotzdem von Anfang an auf rechts. Weil er einfach eine bessere Frische hat als Baku. Hernandez auf jeden Fall wieder rein. Unser Abwehrchef quasi. Schlager. Goretzka und Kimmich. Ja, das bleibt erstmal auf jeden Fall. Trinkau auf rechts. Coman. Coman gefällt mir aktuell wirklich sehr gut. Der wird erstmal von Anfang an auflaufen. Sané auch wieder von Anfang an. Oder wir machen es mal ganz anders. Ne, wir bleiben so. Wir nehmen noch Tel mit. Odoi, Trinkau, Odoi mal raus. So, dann passt das auch so. Checken nochmal kurz unsere Mails. Pokalspiel für TV-Übertragung ausgewählt. Bonus von 252.000. Okay. Brentford hat Interesse an uns. Pokalauslosung. Zweite Mannschaft. Die muss gegen den VfB ran. Ja, wir gegen Dortmund. Ja, ist ein schweres Los auf jeden Fall. Aber da müssen wir halt durch. So, was macht die Zweite? Weiterhin auf Platz 1. Letztes Spiel 4-0 gegen Viktoria Berlin. Gewonnen am 14. Spieltag. Elf Siege geholt. Zwei Unentschieden. Eine Niederlage. Das sieht ordentlich aus. Guti. Dann gehen wir rein in das nächste Ligaspiel. Gegen die Hamburger. Boah, ich bin gespannt. 1-0 durch Leon Goretzka. 17. Minute. 2-0 Musiala. Stark. Starkes Auftreten. Aber Lewandowski wieder. Nur eine 5,5 diesmal. Im letzten Spiel nur eine 4 gehabt zur Halbzeitpause. Also ich hoffe, dass da vielleicht noch was geht. Aktuell ist er irgendwie nicht so gut drauf, habe ich das Gefühl. Gut, mit dem 2-0 zur Halbzeit bin ich erstmal zufrieden. 3-0. 4-0. Okay, 4-0 Eigentor. Mal gucken, wer hier die Tore gemacht hat. Kimmich hat noch eins gemacht. Und Sané. Ja, dem gönne ich das auch. Spielt ganz stark. Und Lewandowski werden wir jetzt rausnehmen. Für Tell. Kimmich. Da bringen wir Schlager mal. Und Trincao auf rechts. 6-0 Sané. 7-1 mittlerweile. Tell. Musiala verschließt den Elfmeter. Am Ende gewinnen wir hier mit 7-0. Natürlich schauen wir hier nochmal. Also Kimmich. Goretzka ein Tor. Und drei Vorlagen gegeben. Also ein richtig starkes Spiel gemacht. Goretzka. Nice. Musiala ein Tor. Und Sané hat zwei Dinger gemacht. Und Tell hat auch getroffen. Ja, hat sich selbst mit diesem Tor belohnt. Sehr schön. Das freut mich auch für ihn, dass er getroffen hat. Trincao noch mit einer Vorlage. Auch alle drei hier. Eine Note 1. Tell. Eine Note 1. 5. Sané eine 1. Also es war eine richtig starke Mannschaftsleistung hier. Dann noch der Anschlusstreffer durch Neta Lavi. Lawrence mit dem Eigentor. Und am Ende geben wir hier als Sieger vom Platz. Nehmen die drei Punkte mit. Aber der BVB bleibt natürlich an uns dran. Haben auch mit 3-2-1 gegen den VfB gewonnen. Trotzdem bleiben wir Tabellenführer. Mannschaft der Woche. Goretzka, Schlager und Sané haben sich alle drei auf jeden Fall das auch verdient. Kabadayi und Sanyang erzielen jeweils zwei Tore. Die müssen wir dann auch mal loben. Mal ein paar Gespräche führen in der zweiten Mannschaft. Der hat die Reserve gewinnt mit 5-1. Bester Mann war Kabadayi. Schauen wir uns kurz mal den Spielbericht an. George hat noch getroffen. Ja, nice. Auf jeden Fall auch ganz stark hier. Kabadayi 1, Patati 1, Rhein 1, Sanjang 1. Das ist sehr nice. Schön zu sehen. Gut, Freunde. Nächster Gegner in der Champions League-Gruppe heißt Sporting Lissabon am vierten Spieltag. Die Gruppe schauen wir uns natürlich auch gleich nochmal an. Fußballer des Monats Oktober Karim Adiemi vor Haaland. So, jetzt die Bekanntgabe der internationalen Finalstadien 2024-2025. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da beworben haben. Auf jeden Fall Gastgeber des Finals der UEFA Champions League ist der FC Barcelona und der Europa League Ajax Amsterdam. Da müssen wir beim nächsten Mal mal darauf achten, dass wir uns damit mitbewerben. Auf jeden Fall. Sporting Lissabon. Natürlich vom Name her schon ein Verein, den man stark einschätzt. Ja, die haben jetzt gegen Liverpool hier im letzten, dem ersten Spiel, haben sie gegen Liverpool verloren. So, im zweiten gegen Pireus mit 3-0 gewonnen. Also auf jeden Fall darf man Lissabon natürlich nicht unterschätzen wie jeden Gegner eigentlich. Ich denke, die haben doch schon eine starke Mannschaft, wie man hier auch schon sehen kann. González, Santos, Paulinho. Das sind starke Spieler hier, ja. Nunes. Wahnsinn. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die so starke Einzelspieler auch haben hier, ne. Ja, spielen in einem 4-3-3. Vierer Kette, zwei Zentrale, einen Offensiven, Rechtsaußen, Linksaußen und einem Stürmer. Ich denke, was machen wir? Gehen wir wieder mit dem 4-2-3-1 in das Spiel? Ich denke, zu offensiv. Könnte in die Hose gehen, ne. Ich denke, wir machen das so. Wir bleiben in diesem System. Wir werden jetzt mal Thomas Müller von Anfang an bringen. Einfach durch seine Erfahrung. Der 34-Jährige wird mal von Anfang an auflaufen. Lewandowski wird jetzt auf jeden Fall mal eine Pause bekommen. Da wird Czesko von Anfang an mal spielen. So, Vidovic. Nehmen wir mit für Tell. Opamecano. Auf die Bank. So, Sané. Starker Auftritt im letzten Spiel. Auch Coman. Die werden erstmal beide bleiben. Pavard wird auch erstmal von Anfang an spielen. Und Neuer geht wieder ins Tor. So, gut. Sind wir stark aufgestellt, denke ich. Mit Goretzka und Kimmich da im Zentralmittelfeld. Ich denke mal, da wird nicht viel anbrennen. Hoffentlich. Aber man darf Sporting, wie gesagt, nicht unterschätzen. Die haben wirklich starke Spieler in der Offensive. Deswegen. Wir werden mal schauen. Es sind ja auch sehr interessante andere Spiele hier noch. Dortmund gegen Real Sociedad, Monaco, Mailand, Liverpool, Piraeus, Chelsea, Juve, AC gegen den FC Barcelona. Ja, auch nicht schlecht. Menjo gegen Rom. City gegen Salzburg. Leipzig, Neapel. Da sind ein paar Kracher dabei. Auf jeden Fall. Gut, wir müssen auf uns schauen. Und ja, wir müssen drei Punkte holen hier. So nach 40 Minuten, oh, nach 35 Minuten haben wir jetzt eine Verletzung hier. Joshua Kimmich. Da muss Schlager rein. Das ist natürlich schon ein bisschen bitter jetzt für uns. 0 zu 0 zur Halbzeitpause. Okay. Ich weiß nicht, ob wir es wagen sollen, das System doch jetzt mal umzustellen. So, Sané. Schlager haben wir ja gerade gebracht, ne? Goretzka. Ja, komm. Machen wir. Schesko und Musiala würde ich da für Thomas Müller nochmal bringen, weil er einfach, ja, effektiver ist, ne? Von Coman kam jetzt auch noch nicht so wirklich viel. Und jetzt vielleicht. 80. läuft. Oh. Paulinho. In der 88. Minute bringt er seine Mannschaft noch in Führung hier. Also Lissabon gewinnt mit 1 zu 0. Und wir sind jetzt punktgleich. Stehen trotzdem noch auf Platz 2. Aber das war natürlich jetzt bitter. Da so spät noch das 1 zu 0 zu kassieren. Da bin ich ganz und gar nicht mit zufrieden, ja? Also, gegen Piraeus müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Weil gegen Liverpool, da wird das alles andere als leicht. Denn das Hinspiel haben wir ja auch schon verloren, ne? Gegen Liverpool. Also, wir müssen auf jeden Fall gegen Piraeus müssen wir punkten. Und hoffentlich, oder einfach drauf hoffen, dass Lissabon gegen Liverpool verliert. Weil sonst wird es eng. Sonst wird es eng. Liverpool hier souverän auf Platz 1. Oh Mann. Krass. So kann es in die Hose gehen, würde ich sagen, ne? Also, es wäre schon bitter, wenn wir nach der Gruppenphase oder in der Gruppenphase hier schon ausscheiden würden. Da wollen wir natürlich noch nicht dran denken. Vidovic erreicht neue Erfahrungsstufe. Das ist schön. Du musst körperlich stärker werden. So, Fußballer des Monats. Patati. Oh, sehr schön. Hat er sich auch mal verdient, ne? Glückwunsch zu deiner Wahl zum Spieler des Monats. Hat sich krass entwickelt, ja? Einmal eine Stärke 79 gerade hier. Grundstärke 75 mit 20. Das ist Wahnsinn. Haben wir für 5 Millionen gekauft vom Hamburger SV. Marktwert jetzt 8,8. Sehr krass auf jeden Fall. Auf der offensiven Mittelfeldposition sind wir natürlich in der ersten Mannschaft schon sehr stark besetzt. Aber Thomas Müller, der wird ja dann auch irgendwann in Rente gehen, sag ich mal. Und wir haben ja aktuell auch drei Spieler auf der Position mit Scott, Musiala und Müller. Zumal Scott ja eigentlich auch im zentralen Mittelfeld spielen kann. Ja, ähm... Da muss man dann mal schauen. Ich denke, er hat auf jeden Fall eine gute Zukunft hier bei uns. Patati, definitiv. Auch natürlich Thorm Rhein, den ich irgendwann auch in die erste Mannschaft holen möchte. Ja. Aber wir schauen mal. Wird auf jeden Fall noch interessant werden. So, wir werden auch das Spiel gegen Leverkusen absolvieren. Am 10. Spieltag. Laurin Ulrich hat alle seine Trainingsziele erreicht. Das freut mich. Auch ein Spieler, der sich gut entwickelt, der gut arbeitet. So, alle Trainingsziele verwenden. Kimmich ist wieder fit. Gott sei Dank. Denn auch gegen Leverkusen müssen wir eine gute Leistung abliefern. Denn rucki zucki ist der BVB wieder an uns vorbei, wenn wir hier Punkte liegen lassen. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch gegen Leverkusen zeigen, was wir drauf haben. Und deswegen werden wir auch hier wieder in unser System mit der hängenden Spitze wechseln. So, wir müssen natürlich immer mal wieder auf die Frische hier auch achten. Coman. Atrenkao ist jetzt auch nicht viel besser. Da bleibt Coman dann erstmal. Odoi wird jetzt mal wieder beginnen für Sané auf links. Und für Musiala bringe ich jetzt mal Scott. Musiala braucht einfach eine Pause. Da wird Goretzka jetzt von Anfang an spielen. Und auch links wechseln wir mal durch. Davis raus, Vintay rein. So, wir brauchen natürlich noch einen Stürmer. Da werden wir jetzt mal Vidovic mitnehmen. Sané bekommt da mal eine Pause. Koulibaly für Hernandez. Dann gehen wir es an, meine Freunde. Auswärts gegen Leverkusen am zehnten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Doppelschlag. 1-0, 2-0. Wir werden kurz drauf schauen. Cesco hat ein Tor gemacht, eine Vorlage gegeben und Lewandowski hat getroffen. Also beide Stürmer treffen hier. Auch Lewandowski hat eine Vorlage gegeben. Also haben sie sich beide gegenseitig hier den Assist gegeben. Das ist ja auch nice. 2-0. Gute Partie bisher. So. Weiterhin 2-0 nach 60 Minuten. Wird gerne Vidovic nochmal für Cesco bringen. Und Koulibaly wird jetzt mal eine Chance bekommen. Letzten 30 Minuten hier. Es bleibt beim 2-0. Das ist sehr gut. Denn, wie ich gesehen habe, die Dortmunder haben Punkte liegen gelassen gegen Mainz. Haben nämlich nur 2-2 gespielt. Und nehmen somit nur einen Punkt mit. Wir sind also wieder drei Punkte vor dem BVB. So wollen wir das natürlich auch sehen. Ja, Radiki hat ein gutes Spiel gemacht. Seitens Leverkusen auch Klostermann auf rechts. Aber wir haben allgemein besser gestanden. Wir haben vorne die beiden Dinger gemacht. Schon recht früh in der 34. und 36. Minute. Und ja, ich denke, wir können durchaus damit zufrieden sein. Immer noch keine Niederlage. 10 Spiele, keine Niederlage, ein Unentschieden. Also, wenn man da nicht zufrieden ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Sehr nice. Bewertung der Neuzugänge. Echte Verstärkung. Max, Odoi, Trincao, Cesco und Owen Windal. Guter Griff. Ist doch sauber. Das sieht doch gut aus. Cesco sieben Spiele, zwei Tore. Trotzdem gefällt mir sehr gut. Hat sich bei uns gut eingelebt. Auch Odoi, Trincao auf rechts und links. Die da sehr gute Spiele schon absolviert haben. Max in der Innenverteidigung ist ja schon fast Stamm. Ja, also zeigt sich in einer guten Verfassung, sage ich mal. Ist auf jeden Fall, also alle für uns eine extreme Verstärkung gewesen. Definitiv. Es waren richtig gute Transfers, die wir da getätigt haben. So, Mannschaft der Woche. Cesco hat das nicht auch mal verdient. Du hast gut trainiert. Und die Reserve. Gewinnt 1-0 gegen den Halleschen FC. Wieder besser Spieler war Batati. Jetzt Stärke 80. Ja, Wahnsinn. Hat er wahrscheinlich auch das Tor gemacht. Ne, San Yang hat das Tor gemacht. Der fällt mir auch immer mal wieder ins Auge. Also der macht ja auch seine Buhnen. Da auf rechts außen. Sieb vorne. Sehr schön. Super. Gut. Freunde, nächster Spieltag. Dann gegen Leipzig im Heimspiel am 11. Spieltag. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Freiraum hier. Wir gucken mal, was wir hier noch so machen können. Teamgeist. Wir können ja mal essen gehen. Und hier können wir eigentlich auch mal ein Freundschaftsspiel machen. Was haben wir denn hier? Viktoria, Aschaffenburg. Da würde ich gerne mal ein paar junge Spieler in die erste Mannschaft holen. Genau. Das machen wir auf jeden Fall mal. Sehr gut. Jugend. Marvin Sturm. Da müssen wir nochmal einen neuen Mentor einstellen. Falls es da noch einen gibt. Wie immer nicht. Okay. Alles andere ist noch im grünen Bereich. Auch in der B-Jugend ist alles super. Das passt soweit. So. Verträge. Da haben wir noch gar nicht drauf geguckt. Hernandez und Pavard laufen die Verträge aus. Also die wollen wir natürlich beide verlängern. Pavard würde ich drei Jahre auf jeden Fall geben. Du wirst einige Male spielen. Du wirst in der Regel spielen. Er hat schon eigentlich von sich auch überzeugt auf der Rechtsverteidigerposition. Also Baku wird es da schwer haben. Du wirst in der Regel spielen, sage ich ihm jetzt mal. Ja, ich denke so ist das in Ordnung. Feste Ablöse für Pavard packen wir mit rein. So. Und natürlich auch Hernandez. Den wollen wir natürlich nicht ziehen lassen. Bekommt auch einen neuen Vertrag. Gebe ich auch vier Jahre Stammspieler. Ja, er ist schon Stammspieler eigentlich. Allerdings auch die feste Ablöse. So. In der B-Jugend laufen auch zwei Verträge aus. Angelo Brückner auf der Rechtsverteidigerposition. Aber da würde ich gerne noch mal ein bisschen warten. Ist natürlich auch ein guter Spieler. Dann Häuser, auch Rechtsverteidiger. Ja, das sind die zwei Rechtsverteidigerpositionen. Da müssen wir natürlich erstmal schauen, was überhaupt hier in der Jugend hochkommt. Aber einen Rechtsverteidiger haben wir hier gar nicht. B-Jugend. Da haben wir Enis Kerner. Aber der ist auch 16. Stärke 56. Ist jetzt auch noch nicht ganz so stark. Also da kann man schon noch mal... Ups, das war falsch. Kann man schon noch mal die Verträge der beiden hier verlängern. Das werden wir jetzt auch direkt dann machen. Drei Jahre. Bist ein Ergänzungsspieler. Spielt sicher auch mal. In der ersten Mannschaft machen wir das so. Okay. Spieler lehnt zum gegenwärtigen Zeitpunkt Verhandlungen zur Vertragsverlängerung ab. Ist vollkommen okay. Versuchen wir dann einfach im Winter nochmal. Und wenn er da nicht will, dann ist es halt so, oder? Dann nehmen wir einen aus der Jugend mit nach oben. Das ist jetzt auch nicht das Ding. Genau. So. Transfermarkt. Torjägerliste. Wie sieht es denn hier aus? Haaland. 13 Tore. Firmino 9. So. Hier. Lewandowski. 5 Tore bisher gemacht. Koman 4. Sané 4. Goretzka 3. Ja. Da haben sich schon viele Spieler eingereiht hier. Von uns. Auch Tell 2 Tore gemacht bisher. Nice. Wertvollste Spieler. Gucken wir mal kurz rein. Haaland hier auf Platz 1. Musiala. Hat es auch stark, ne? Einfach stark mit 20 Jahren. Das ist Wahnsinn. Rainer. Auch ein sehr interessanter Spieler, muss ich sagen. 165 Millionen. Aber auf der Position haben wir halt auch Musiala. Da brauchen wir keinen. Brauchen wir keinen Giovanni. Jude Bellingham. Im zentralen Mittelfeld. Auf jeden Fall auch. Ganz stark. Jung auf jeden Fall auch. Ich denke auch, dass er vielleicht gut in unsere Mannschaft passen würde. Irgendwann Goretzka, Kimmich. Die werden ja auch nicht jünger. Da ist er auf jeden Fall auch im Blickfeld. Lautaro Martinez. Stürmer brauchen wir nicht drüber reden. Einer der Besten. Oedegaard. Auch mit 24 noch jung. Aktuell beim FC Arsenal. Matteo. Natürlich kennt jeder. Krasses Talent. Phil Foden. Auch ein krasses Talent. Davis. Auch mit dabei. Jadon Sancho. Auf links. Außen. Ist auch ein guter Spieler, muss ich sagen. Sind wir aktuell natürlich auch gut besetzt. Petri sowieso. Franky Leong. Greenwood. Den ich persönlich nicht so feiere. Barrella im Zentralmittelfeld. Auf jeden Fall eine Bank. Bei Inter Mailand. Der Italiener. Fatih. Araujo. Innenverteidiger. Kamavinga natürlich dabei. Auch erst 20. Und Elliot ist sogar dabei. Ist auch ein junger Engländer. Rechtsaußen. Den ich persönlich sehr als Spielertyp mag. Und Junior natürlich. Das ist auch einer. Für die Zukunft. Bei Real Madrid natürlich. Knapp 100 Millionen Mark wert. Aber der ist wirklich. Sau stark. Ja nice. Sind auf jeden Fall ein paar Kracher dabei hier. Gut. Senkrechtstarter. Cesco plus 2. Auch Scott. Ist mit am Start hier. Und Vidovic plus 4. Ja läuft. Würde ich sagen. Reserve haben wir schon drüber geredet. Die Spieler hier haben sich schon extrem gut entwickelt. Patati. Lange auch. Auf links. Richtig stark geworden. Rhein. Ulrich. George. Also in den Freundschaftsspielen werden wir auf jeden Fall mal diese Spieler auch in die erste Mannschaft holen. Die Besten einfach. Sag ich mal. Ja. Gut Freunde. Dann sind wir erst mal am Ende angelangt. Ich bedanke mich erst mal fürs Zuschauen. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Lasst mir gerne ein Abo da um nichts mehr zu verpassen. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Und wenn ihr auch wieder am Start seid. Also ich wünsche euch einen schönen Tag. Ein schönes Wochenende erst mal. Und wir hören uns. Bis dann.